Oh, nach der kurzen Karte geht's weiter. Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Wo ist denn der Generator? Da ist der Generator. Schalten Sie den Generator aus. Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du's schaffst, fünf Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Hm. Das wäre aber nett zueinander heute, wa? Wir werden bald schlafen müssen. Gläufer sind die, wa? Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Hat dich selber ausgeschaltet? Nein! Jemand ist hier! Sehen wir mal nach! Kommt mit! Vielleicht, vielleicht doch nicht. Können wir hier einfach raus? Ja, ich glaub schon, ne? Hey! Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts! Das scheint nicht kaputt zu sein! Nein! Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier auch! Er funktioniert trotzdem nicht! Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst! Eine Ratte! Glaubst du, die sich hier sicher? Glaubst du, die sich nicht so? Ich weiß doch auch nicht! Irgendwer macht uns hier Ärger! Wahrscheinlich die gleiche Person, die unsere Sachen gestohlen hat! Das ist beängstigend! Deswegen haben wir ja auch Waffen! Na los! Denen, den Scheidler zu finden, um ihn wieder anzuwerfen! Seien wir besser ruhig! Sie sind noch in der Nähe! Folgen Sie mir! Kuh! Dann kommen Sie zusammen mit Axel! Speichern Sie das Spiel! Es müsste eine Quest geben! Speichern Sie das Spiel so oft, wie es geht! 500 Mal gespeichert! Erfolg! Begeschaltet! Wie weit noch? Fast da! Transit ist gleich da vorne! Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da! Silvastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Hm. Ne, nicht so ganz bis jetzt! Wo war denn diese Geräusche? Die waren mich noch verrückt, ne? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein! Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert! Tja! Äh, es... Aber endlich das erwähnte Zeug ergattert! Mhm. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass es fehlt! Äh, bei der Schließung einer Station wird immer was verloren! Machen Sie sich keine Sorgen um den Zeug! Sinclair hat seiner Truppe gesorgt, dass sie von... ...gerade sein lassen! Hm, okay! Wir sind wahrscheinlich sowieso nur sehr mit Faulen und Süßes! Ja, klar, natürlich wie immer! Äh, jetzt sind wir mit Faulenzen beschäftigt, dass sie in irgendwas einfach... ...eine Qualität hat eben ihren Preis! Oh, hoppala! Ich war da noch gar nicht drinne! Dachte, ich wäre da drinne! Nier... Oh, no! Wie lange ist das? Okay! Niersten, Lennart! Sie beide haben die ersten... ...erste Schicht an der Tür also aufgepasst! Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher, nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der Zwei-Mann-Regel. Will heißen, dass man muss das Tor von zwei verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig eröffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Achso, die meisten von uns kennen. Ja, okay, logisch. Äh, das ist... Warum... Die leben seit Jahren auf derselben Station und kennen sich nicht? Das schon. Bisschen strange. Ähm, das ist also die sicherste Art, dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Stab macht. Äh, 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 Entschuldigung. Äh, erst mal verschlucken. Äh, äh... Inventar, nichts darf ohne Absprache von mir entfernt oder auf der Liste abgehakt werden. Aspirin, vier, Konserven, 32, Müsleaf, sechs, Wasser, vier Gallon. Wett, so. Zahnpasta, zwölf Tuben, Zigaretten, drei Stangen. Toilettenpapier, 26 Rollen, Klebeband, sechs Rollen. Uh, zwei Medikets. Die nehm ich mit. Munition reicht echt im Ende. Sorry, können wir ein paar Medikamente schnappen. Äh, äh, äh... Okay. Die werden wir nicht mehr gebraucht. Hm. Na dann. Ach so, siehst du, ich warte mal noch gucken, ob ich... Irgendwas... Nee, kann ich noch nicht. Gibt's eigentlich noch was anderes? Äh, verlassen, Cure, Cursor bewegen. Nee, okay. Okay. Na, warte mal, ich kann das... Kann ich das auch vorher schon machen? Dann hat's ja einfach nur eine niedrigere... Nee, okay, hat's nicht. Ah, okay, ich brauch für jedes Mal Craft einen Schrott. Hier unten ist noch meine Schrottanzeige, die sich jetzt erst... Hm, das ist die letzte Konzone, hm. Na gut. Ströge gleich noch stehen. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Also gibt's hier vorne eine Konsole wahrscheinlich. Ah ja, hier geht das Kabel lang, alles klar. Ach da. Nee, hier kann ich noch. Von da bin ich gekommen, ne? Wer meint. Fertig. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Axel, hinter Ihnen. Was? Arschloch! Komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt! Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Schusswaffe benutzen, beste Idee. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt! Hey, ihr Sackesichter! Lass mich da laufen. Schnell! Erschießt sie! Scheiße! Ich glaub, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Geh weiter, geh weiter, geh weiter! Was? Oh, oh. Oh, oh. Wenn er mich töten wollte. Er oder ich. Hier, geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Oh, nein. Hören Sie da was? Oh, nein. Was ist das denn? Es geht los. Was? Was zur Hölle war das? Hm. Wir müssen weiter. Wir müssen? Der Hund sagt ja, aber ich muss. Oh, no. No, sir. Oh, no, sir. Okay, hier komm ich nicht durch. Wo muss ich denn dann lang? Hab ich irgendwo eine Tür verpasst? Oder einen Wend oder sowas? Kommen wir von hier? Kann auch sein, dass wir von da gekommen sind. Warte mal. Ja, okay, von da gut. Ja, okay, von da gut. Oh, no, bitte nicht. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ja, okay, von da, gut. Okay, von da gut. Die Tür wird und nicht. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Komm, geh auf. Komm schon. Oh, Schnitzel. Willkommen auf Sevastopol. Hey, ich freu mich. Wie finden sie denn auch zurück zu Siegen? Communication. Kein Bock auf Siegsen. So, die Tür müsste eigentlich jetzt hier aufgehen, ne? Haltestelle für Siegsen Communication Technology, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Na, ich will mich hier nicht verstecken. Oh Gott, hier sind offene Vans. Ich bin ehrlich, ich mag keine offenen Vans. Also, zu verstecken vielleicht ganz cool, aber... Ich hab Spaß. Klasse, was Schneider benötigt. Okay. Okay. So, dann muss er beat. Maschinenraumplattform. System. Superraumfahrtterminal. Ah, okay, schloss muss ich das können. Ah, okay. Ah, okay, schloss muss ich das können. Ah, okay. Ja, mhm. Mh, ich gucke erstmal hier. Ach so, Dev. Komm, connectet einfach nur die beiden Sachen, okay. Ja gut, das hat sich ja gelohnt. Bleiben Sie zurück! Scheiße! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Mach, 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 mach. Schön. Hm. Wo ist er hin? Toll. Leute, hier ist jemand und jetzt ist hier keiner mehr, oder was? Hä? Damn, that logic. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Also gerade durch. Da ist wahrscheinlich erstmal ein Stopp weg höher. Hier ist aber auch keiner mehr. Hier ist einfach weg. Oh, eine Komponente B. Hier ist wirklich keiner mehr. Kann ich das abspielen? Was ist das für ein Geräusch? Boah, das ist über-creepy. Über-eklig. Oh! Okay, untertischen geht auch. Okay. Äh, ich wollte jetzt wohl ganz kurz gucken, was wir da für ein Dings gibt. Wir haben... Wir haben... Hutchinson. Und dann ist das Direktum. Ich würde mal ganz stark vermuten, dass es die ist, die gerade auf uns geschossen hat. Nur so eine Vermutung. Ich höre eine Cam, aber ich seh sie nicht. Scheint niemand zu sein. Take support. Huh? Hä? Was konnte ich denn hin? Oh, warte mal, ich hab doch... Ah, falsche Taste. Ähm... Ach so, was lichtig. Alles klar. Ich verstehe, wenn ich... Leuchtvergehen kann ich nicht selber was... Ah, okay. Alles klar, so komme ich ins Auswahlmenü, was ich denn zusammenbauen möchte. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Bitte, was? Äh... Strom zuvor, ein aus. Ein stabiles System. Luftreinigung, ein stabiles System. Okay. Ach so, okay. Okay. Ach so, das muss man wahrscheinlich normalerweise machen, wenn man... äh... die hier nun mal leider gerade sind. Die hier nun mal leider gerade sind. Deswegen machen wir das mal kurz wieder aus. Okay. Hoppala. Mann, ich drücke immer wieder auf Escape, wenn ich oben raus will. Okay. Okay, jetzt geht alles langsam wieder aus. Oder auch nicht. Guten Abend, Phoenix. Da kann man nicht rein. Was ist das hier? Kaffeeautomat oder sowas. Getränkautomat. Würde ich jetzt mal vermuten. Hab ich das Spiel vielleicht schon wieder kaputt gemacht, dadurch, dass ich rückwärts gelaufen bin aus dem Raum raus? I don't know. Ich gucke hier jetzt auf jeden Fall bis jetzt noch nichts wieder. Ich sag mal lieber nichts. Okay, da kann ich auch nicht rein. Da kann ich aber nochmal was neu verkabeln. Was können wir denn hier noch verkabeln? Genau das Gleiche. Okay. Oh. Jedes Mal. Mann. Jetzt wieder denke ich so. Ja, du musst gut rücken, um rauszukommen. Gucken wir mal. Oh, hier ist ein Band. Okay, den habe ich eben nicht gesehen. Schicht im Schacht. 10 von 20. Achso, ich kann doch wieder hochklettern. Okay. Gucken wir mal. Da kann ich noch was looten. Rüberüber Munition. Okay. Ich habe noch keinen Rüberüber. Ist okay. Plasma schneller benötigt. Yay. Okay, hier komme ich also auch nicht weiter. Hier geht irgendwie schon wieder was. Da habe ich schon wieder was kaputt gemacht. Ich will nämlich nicht wundern, wenn ich das erste Rüberüber. Warte, den gerade. Hier ist keiner. Ich kann hier aber auch nichts machen. Gerade. Ich kann hier noch runtergehen. Steht noch irgendwas. Da ist eine Tür. Was ist das? Sicherheitszugangsgenerator. Okay. Das finde ich sehr beunruhigend, dass hier so viele offene Schächte sind übrigens. Oh. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Wo sind sie? Da oben Das ist jetzt kacke Scheiße Das ist uncool Okay Aua Das war dumm Den Sprecherstand lauten Das war ein Lucky Ich hoffe immer, dass er hier vorne gesp... Nein, hat er nicht Oh nein Okay Na gut, immerhin Weiß ich, dass ich hier... Ah, okay, ist ja gar nicht so weit bis dahin Alles klar Bleibt sie zurück! Scheiße! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Okay, steht sie aber noch da? Oder ist sie jetzt? Ist sie jetzt wieder weg? Sie ist jetzt da runtergelaufen zu den anderen, okay Ich kann mich hier erstmal ganz kurz umsehen Ich werde jetzt... Gleich folgendes machen Und zwar... Achso, halt stopp Erstmal kurz in den Van rein Ja, lass mich rein, bitte War hier nicht irgendwas, was ich looten konnte Hier war was, was ich looten konnte, ne? Sehr gut Oh, leer, okay Das... Äh... Ja, jetzt schon cool Schrott 15 Davon brauchen wir sowieso viel Das ist alles gut Ah, nimm jetzt Hier lag da noch eine Komponente rum, oder? Ah, hier lag noch die Ausweiskarte und das Ding Hör mir genau zu Du musst sofort die Arbeit verlassen Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet Ich hab diesen Typ gesehen Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern Der mit der Baseballmütze Riecht komisch Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt Sah aus wie eine Waffe Er hat direkt durch mich hindurch gesehen Sprich mit niemandem Niemand darf wissen, wo du hingehst Ich werde sobald ich kann zu dir kommen Die sind halt von hier oben gekommen, ne? Von hier hinten irgendwo Von hier? Wahrscheinlich Nutzen in der Vergangenheit Das habe ich nämlich eben gerade aus Versehen übersprungen Äh, teilen Sie die Stromversorgung Oh, ist um einen zu sehen, ne? Ich karte die rechtzeitig Ja, ist klar Das ist eigentlich nur das, was ich gerade eben schon gemacht habe Ich hätte halt gerne die Luftversorgung Ach so, okay, warte mal Nehmen wir das da mal raus Und packen das da rein Jetzt haben wir hier nämlich ein bisschen Nebel Oh, ich weiß, das ist ja wieder eh gedrückt, oder? Ja Ach Kuh ist raus Dann habe ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spielraum, was das angeht Ein Zugangsgenerator Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen Der Schaltkreis ist hin und dürfte kein Problem sein Ich muss nur eine neue Datenzelle finden Okay Wir werden sie finden und töten Hier lang, sie war unten Siehst du was? Okay, die gehen gerade da unten lang Fuck Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf Ich muss mich schnell in den Länden Wir sind nicht allein Fuck Wo war ich denn Plasma Cutter? Es kommt hier nicht weiter Ui, ich habe sie in den Band geschafft, immerhin Ich hasse solche Sequenzen, ja, ne? Wie die Pest Ich kann da nicht irgendeine Ich kann da nicht mehr Ich kann da nicht mehr Ich kann da nicht mehr Und das ist… Okay, man kann da nicht mehr als ich glaube ich ein